Keiner will sterben Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren Du musst das doch wissen, kannst du mir das mal erklären Kein Luther will ihre Kinder verlieren Und keine Frau ihren Mann Also warum müssen Soldaten losmarschieren Um Menschen zu ermorden Mach mir das mal klar Wozu sind Kriege da? Herr Präsident, ich bin jetzt zehn Jahre alt Und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald Sag mir die Wahrheit Sag mir das jetzt Wofür wird mein Leben aufs Spiel gesetzt? Und das Leben in all der anderen Sag mir mal warum Sie laden die Gewehre Und bringt sich gegenseitig um Sie stehen sich gegenüber Und könnten Freunde sein Doch bevor sie sich kennenlernen Schießen sie sich tot Ich bin das so bekloppt Warum muss das so sein? Habt ihr all die Milliarden Menschen Überall auf der Welt Gibt es gefragt, ob sie das so wollen Oder geht's da auch um Geld Oder geht's da auch um Geld Für die Geld für die wenigen Bonzen Die die Kanzler untergeben bauen Und dann Gold und Villanten kaufen Für ihre eleganten Frauen Oder geht's da nebenbei Auch so religiösen's nicht Dass man sich nicht einig wird Welcher Gott nun der wahre ist Oder was gibt's da noch für Gründe Die ich nicht mehr so bescheuert find Vielleicht kann ich's noch nicht verstehen Wozu Kriege nötig sind Ich bin wohl noch so klein Ich bin ja noch ein Kind Ja, Manufacture Ich bin ja noch ein Typ Untertitelung des ZDF, 2020